Selbstständigkeit in 60 Sekunden heute mit Dunja Jappe Was machst du, Dunja? Ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung und Beraterin für Stressmanagement und Burnoutprävention. Wie bist du dazu gekommen? Also tatsächlich habe ich selber Erschöpfungserfahrungen gemacht, mit Mitte 20 ungefähr, das war während des Studiums. Und dann habe ich einfach angefangen, mich selber mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und richtig in den Weg, in die Selbstständigkeit habe ich eigentlich erst gefunden mit meiner ersten Tochter. Das war dann in der Elternzeit und da hatte ich dann so ein bisschen die Gelegenheit, einfach nachzudenken und zu überlegen, was will ich tatsächlich machen und habe in der Zeit dann meine erste Weiterbildung gemacht als Meditationstrainerin. Ja, und das war so ein bisschen mein Start. Und hast du damit dann nebenberuflich angefangen? Genau, damit habe ich nebenberuflich angefangen, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass mir das nicht reicht. Also ich wollte immer mit den Leuten relativ tief arbeiten in ihren Themen. Und Meditation ist ein super Thema, um auch eine Achtsamkeit und Bewusstsein zu entwickeln für das, was in einem so abläuft. Aber um wirklich so Herausforderungen und gerade so innere Themen zu lösen, dafür reicht es aus meiner Sicht halt nicht ganz. Es braucht da so ein bisschen andere Ansätze und Impulse noch, um dann nachhaltig auch wirklich in die Veränderung zu kommen. Okay, das heißt also, du hast eigentlich den Weg in die Selbstständigkeit war über das Meditationstraining und dann hast du eigentlich dich noch weitergebildet, um dann Persönlichkeitsentwicklung auch anzubieten und jetzt eben auch Stressbewältigung. Ja, ganz genau. Also dann kam eine Ausbildung als Personal Business Coach dazu und Stressmanagement, Burnout Prävention und Entspannungstraining. Wie hast du damals deine ersten Kundinnen und Kunden gefunden? Das war tatsächlich ganz im kleinen Kreis. Also ich habe einfach Bekannte angesprochen. Ich habe sie gebeten, dass sie erzählen, was ich vielleicht auch so anbiete. Und wenn sie Leute kennen, die das interessieren könnte, dann einfach meinen Namen zu nennen. Das war so mein Anfang. Und hat es funktioniert? Ja, hat es, aber es war begrenzt. Und dann? Und dann musste ich ja mal anfangen, so ein bisschen in die Sichtbarkeit auch zu kommen. Und da waren das für mich tatsächlich verschiedene Sachen. Also einmal natürlich die klassischen Sachen wie Websiteaufbau auch und Netzwerkevents. Instagram, Social Media. Ich habe auch klassisch Flyer-Aktionen gemacht, dann aber wirklich professionell ausgeführt. Was habe ich noch gemacht? Also so verschiedene Sachen einfach, die so ein bisschen weggingen davon, mich in meinem kleinen Kreis zu drehen, sondern wirklich dann auch mal so die Masse erreichen zu können. Kannst du sagen, was davon funktioniert hat? Verschiedene Sachen. Also ich würde wirklich sagen, es sind verschiedene Sachen gewesen. Was, glaube ich, für mich am besten funktioniert hat, ist zum einen Netzwerke aufzubauen. Wirklich aber richtig gute Netzwerke mit Menschen, die ich wiederkehrend auch sehe. Also nicht diese einmaligen Sachen, sondern wirklich Personen oder Gruppen, wo ein Vertrauen geschaffen werden kann. Wo man sich gut kennenlernt, wo man weiß, wie der andere tickt und passt das, passt das nicht. Weil dann ist aus meiner Sicht tatsächlich möglich, dass dann gute Empfehlungen auch und authentische Empfehlungen auch entstehen. Jetzt bist du ja schon eine ganze Weile selbstständig. Du hast mit Sicherheit Höhen und Tiefen beides durchlebt. Kannst du mal so ein richtiges Highlight sagen? Ein richtiges Highlight? Oh, das ist ja jetzt eine gute Frage. Ich glaube, ein richtiges Highlight ist für mich tatsächlich immer wieder gewesen, für mich selber zu sehen, wie ich über mich hinaus wachsen kann. Ich würde sagen, das ist mein richtiges Highlight. Weil zu Beginn war ich eher sehr zurückhaltend und sehr schüchtern, unsicher. Und wenn ich zurückblicke, kann ich Selbstständigkeit und eine erfolgreiche Selbstständigkeit nicht von der persönlichen Weiterentwicklung trennen. Das ist der Kicker, oder? Das ist einfach so. Und ich glaube, das ist mein Highlight. Wo ich wirklich für mich merke auch, auch wenn das ein Job ist, verändert das in mir total viel. Und ich komme immer mehr bei mir selber an und merke, dass genau das, das ist, warum ich eigentlich erfolgreich bin. Sehr cool. Und irgendwas, wo du mal gestruggelt hast? Auf jeden Fall. Also wenn keiner gekommen ist. Wenn ich irgendwelche Workshops angeboten habe und dann habe ich viel Werbung gemacht und es ist keiner gekommen. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und wie bist du da emotional mit umgegangen? Ich muss das für mich erst mal erkennen, dass mich das überhaupt belastet. Und dann gab es da so einen zweiten Anteil in mir, der dann gesagt hat, ja, es gibt aber viele Menschen, die jetzt erfolgreich sind und denen das genauso gegangen ist wie dir am Anfang. Und ich habe mir immer wieder klargemacht, dass das auch einfach ein Weg ist. Und dann habe ich so ein bisschen mich geschüttelt und habe dann gesagt, okay, weiter geht's. Noch eine Frage zu der Selbstständigkeit. Wenn du, oder andere Leute, die gerade mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, was würdest du denen mit auf den Weg geben wollen? Ich würde ihnen mit auf den Weg geben, dass es nicht die perfekte Lösung tatsächlich gibt. Beziehungsweise, dass es auch viel über das Tun halt einfach funktioniert. Die Erfahrung zu sammeln, für sich persönlich daraus Sachen zu lernen, aber dann natürlich auch unternehmerisch. Aber nicht immer gleich mit dieser inneren Haltung ranzugehen, dass das jetzt den Megaerfolg auf einmal bringt, sondern dass man die einzelnen Schritte vielleicht auch einfach als Erfahrung sieht und für sich das lernt und das rauszieht, was dann doch gut war, auch wenn es nicht so gut gelaufen ist. Jetzt bist du ja auch Expertin für Stressbewältigung und ganz viele Selbstständige haben ja ein unglaublich hohes Stresslevel. Was würdest du denen auf der Ebene mitgeben wollen? Also mir ist das Thema Stress nicht unbekannt. Nicht nur, weil ich mit Menschen über das Thema und zu dem Thema arbeite, sondern weil ich es bei mir selber auch einfach kenne. Und ich glaube, ein Stück weit verläuft das auch einfach so phasenweise. Und was ich Menschen oder Selbstständigen mitgeben würde, ist immer mal so ein bisschen auf die Gefühle zu achten, tatsächlich die einen so durch den Tag auch begleiten. Weil wenn wir merken, dass wir über einen längeren Zeitraum auch immer in so einer eher unzufriedenen, angespannten, vielleicht auch aggressiven Stimmung unterwegs sind, dann ist das eigentlich spätestens so ein Zeichen, wo wir sagen sollten, okay, irgendwas passt hier gerade nicht, weil unsere Gefühle ja immer auch ein Zeichen dafür sind, dass Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Also das heißt immer so ein Funken Achtsamkeit oder Bewusstheit an der richtigen Stelle mit anzusetzen, dass man sich immer wieder gut abholen kann und gegensteuert tatsächlich. Ich glaube, das wäre so das Wichtigste jetzt erst mal. Und doch, ich glaube, eine Sache gibt es auch noch, Geduld mitzubringen. Auch wenn wir immer wieder gestresst sind und merken, dass wir vielleicht auch nie gleich in den Fallen reintapsen, weil uns das nicht schnell genug geht alles, dass wir uns wie so ein Mantra vorsagen. Alles ist ein Prozess, alles braucht seine Zeit und dafür darf ich mir auch Zeit für mich nehmen. Sehr cool. Und wenn jemand ganz akut unter Stress leidet, kann er sich gerne an dich wenden. Ja, genau. Oder? Absolut. Cool. Ganz herzlichen Dank, Dunja. Und weiterhin viel Erfolg und viel Freude. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.